ARD Text im Auftrag von Funk Alles okay mit dir? Hallo, hallo, hallo! Und ich verspreche dir, so was wie heute, das wird nie wieder passieren. Und jetzt dreht die Glühbirne wieder rein, bitte. Tut mir leid, wenn ich dir was vorheule. Das muss es nicht. Ich muss doch gehen, wie es dir geht. Auch interessant, wie machst du das? Bitte, nicht, nicht Fünferluping! Nicht, bitte! Nicht Fünferluping! Nein! Ich denke, da ist was dabei. Dankeschön. Oder Schweinehändchen in Speckmantel mit Spätzle und, ja, was kann ich noch dazu? Was passt denn noch dazu? Champignons! 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 Überleg's dir, ja? Und wenn ich einen Therapieplatz hab, dann geh mal wieder runter. Geh mal wieder rauf. Ja, was ist das denn? Rauf oder runter? Genau! Lara will nicht cool sein. Lara IST cool. Na, bitte! Lara will nicht cool sein. Na, jetzt ist gut. Okay. Lara will nicht cool sein. Ich weiß, Entschuldigung. Was würdest du machen? Ja, ich weiß zwar nicht, was Lea dazu sagt. Ist ja auch ihre Party. Okay, wir brechen mal ab. Wir sollten auf jeden Fall mal das Blut untersuchen. Und dann einen Atemtest machen. Okay. Oder könnte es auch noch andere Ursachen haben. Lass das mal so im Raum stehen. Helga, das mit deinem System kloppt, klappt wunderbar. Ach ja? Hat da gerade jemand gerülpst? Nee. Angstattacken, die können einen überall und jederzeit erwischen. Ich hab genug Dinges gelesen hier. Ja, hab ich auch Dinges gedacht. Schönegrad immer auch antonen. Ja, ho wide. G meses zum nächsten Mal. Kindes, nacherness. Ich auch das nicht. Ah, dass das nicht zu sein ist,